Ich möchte super gerne als Model arbeiten, aber ich bin einfach zu klein und zu dick. Solche Kommentare lese ich so unfassbar oft. Und ich bin hier, um dir zu sagen, du kannst als Model arbeiten. Auch wenn du klein bist, auch wenn du wunderschöne Kurven hast. Denn unterschiedliche Kunden suchen nach unterschiedlichen Dingen. Ich hatte das Gespräch letztens noch mit meiner Londoner Agentur und sie hat mir erzählt, dass momentan in London Curvy Petit sehr in ist. Übrigens, ich bin 1,64 Meter. Ich arbeite seit vielen Jahren hauptberuflich als Model.